moin leute heute gibt es mal wieder ein kleines video auf meinem kanal und ja der liebe timo ist jeden fall dabei ja leute bevor damit das video anfängt habe ich vorher ein video gemacht wo ich euch jeden fall sagen wollte dass es kommt jeden fall das wird noch kommen vielleicht heute oder irgendwann jeden fall möchte ich jetzt gerade nicht bearbeiten weil ich habe es gerade vorher bearbeitet aber auf jeden fall das blöde daran war ist ich habe auch wieder so glaube ich den clip gelöscht und ja und ich habe es doch so viel arbeit reingesteckt auch sogar zeitlupe hinzugefügt weil die momente war echt cool waren und ja ich schneide es wieder wenn ich lust habe aber jeden fall geht es um den lieben christian leute und ja er hatte leider einen unfall und der unfall war jeden fall es ist ja kein es wäre jeden fall ein kleiner unfall kein großer leute und ich sage mal wieder was passiert ist also also christian hat gestern so tennis gespielt sag ich mal seiner schule und ja ganz normal bis auf einmal hinfiel er gestolpert ist und ja dann wo er gestolpert ist ist ihn dann wie er so mir geschrieben hat ist die seine kniescheibe so herausgefallen und er muss jetzt dafür operiert werden und wann er wieder da rauskommt weiß er noch nicht jeden fall leute ist es richtig kacke und christian falls du das siehst ich wünsche gute besserung und ich hoffe dir geht es immer noch gut weil ja ich hatte schon ein bisschen angst dass etwas schlimmeres passiert wäre aber ja ja leute das war es jetzt mit dem video ich hoffe ihr wisst jetzt bescheid und wir sehen uns dann beim nächsten video von mir oder von meinen freunden habt noch einen schönen abend wir sehen uns tschüss